willkommen zu letztendlich haben ja kommt sofort einstellungen einstellungen ein bisschen kompliziert hier warum auch immer so umständlich egal jetzt habe ich hier mission 162 überfall muss ich machen auf 22 oder so habe ich habe ich bekommen jetzt hier nächste überfall 30 ich habe keinen neuen schulein der wechsel kein neuer den haben ja nicht astria astria wie man die bekommen habe ich gar nicht nachgeschaut wenn man die bekommen wie man die bekommt keine ahnung also die es hier so gibt alle nicht im besitz warum auch noch mal keine ahnung level 100 ist es ende weil sie eine letzte folge ich nicht gesehen hat bleiben bei level 100 ist ende da kann man die nicht machen genau wie wird das immer alles gefälligte noch nicht mehr hier jetzt hier drücken hier level höher machen geht nicht das überhaupt ach so ach man auch sehen die werte vom schleim erzabbau bonus sogar der kauf forschungsforschungstempo geld kultausbeutung also achte keine ok er hier noch den alten bringen dass sie auch nichts getan aber ist beim alten hier rüstung ist alt waffe ist alt loja trompete legen der ja aber kommt noch möglich und kommt auch noch aber habe ja nicht so der rest hat sich hat sich nichts getan ich bin hier ja dauert noch ein bisschen bis level 7 und sind wahrscheinlich noch bessere sachen kommen können aber da ist halt ne dort 4.500 wenn ich alle drei durchgehe hierbei 35 beschwungen jeweils natürlich ne ich bin noch ein bisschen noch warten ich habe mich auch wieder erhöht bei forschung genau um mehr bei 84 glaube ich muss nie sein aber 128.000 nächste forschung da sind 80.000 da sind 96.000 das dauert richtig lange aber meine geht hier aber sehr flotts also meine mache ich hier sehr gerne weil geht auch sehr schnell sehr flüssig zack 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 runter so egal was musste ja hier sein extra ärzte da muss man aufpassen hier man kann immer alles mitnehmen man sieht auch immer alles genau wo was ist jetzt erst mal hier die beiden bei township wiederum nicht muss man will ich alles jedes dunkle bellung zu suchen hier nicht bin ich gut ich bin zacken pfiffe ballern so du und du zu wenig ich wollte schon nach unten scrollen ja geht aber nicht hahaha wie das spitzsacken 84 kann man oben ja sehen das ist der maximum muss ich habe aber schon ein bisschen erhöhen können durch die forschung halten da muss habe ich aber auch alles erforschen jeden schritt um weiter zu kommen sie wissen nervig ja muss ich jetzt auch dass wir wieder hier aber steige ein zwei tage sammeln bis ich wieder genug hier ressourcen zusammen um das nächste forschung zu machen blick so weiß bei 80.000 ich habe gar mal die hälfte dauert ein bisschen diese prinzipie für die hier ist ja wie gewünscht bin jetzt weiter weg nur zum 60 meter spitzsacken ball alles hier einsammeln so ich werde nehmen aber auch noch mehr edelsteine so dass das und das und das ressourcen so und du noch ich bin jetzt bei schwer 9.1 habe ich schon mit schafft bin ich moment machen noch hier kurze bergwerk fertig sind wir da wieder bereit 50 erreicht gut kann man vielleicht machen da sind noch ein paar sehr schön so man findet hier auch rüstung und waffen kann ich erst kann das hier sein jeweils müssen oder waffe diesem falle waffe waffe und du noch sag genau ich wollte ich hier beschwungen machen wie endlich mal auch wieder besiegen kommen aber dauert immer noch ohne ende ja mehr als die lille bekomme ich nicht alles verballert egal wirklich auch nichts mit sich nicht wirklich das glaube ich ein ausgewechselt aber wahrscheinlich letzte woche glaube ich die haben sie jetzt auch jetzt schon bei 916 prozent aber die anderen meistens anderen auch oder schon 1 0 3 a wie er er und er auch weil die beiden sind schwächer als die anderen an vier erwarten wie ich hier im bester bekommen sind ja auch noch einige exotisch dauert alles bis ich da behindert dort ein ganzer 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 ecke so auch hier alles verbessern wunderbar muss sie die rüschi selber habe ich auch eine stufe geht ab 6 verbessert besser sein können glaube ich eine stufe besser geworden da habe ich so drauf der belacht sehr schön sehr schön oder wieder was die missionen angehen jetzt ist das sind auch immer ein bisschen ein bisschen schaden bisschen dazu sowas gehen wir jetzt 3,21 ist noch die übrigens hier die chancen prozent ende übergeht nicht klar logisch das ist das dann machen wir jetzt hier dreifach schuss machen ein bisschen das war was schon mehr 9.1 sagt man jetzt kommen wir weiter gucken ja sehr gut geschafft 92 bekommen gespannt weil ich hier war glaube ich schnell bei den wobei immer hier genau 10 10 durch wissen was die beiden hier noch sind da wollen muss ich 10 10 für sein da dauert man gar noch eine ecke aber bei 93 aber wenn ich da bin ich bin gespannt was da noch kommt die beiden die beiden firma noch nach habe ich alles freigestattet schon mal einmal frei muss man abwarten was noch so kommt ich habe auch hier wieder einmal bisschen gemacht alles hier als das jetzt nicht unbedingt ringer habe ich erst mal aber jetzt werden könig und von dort überfall ich wollte traurig was raus ich habe wieder 23 gemacht und wieder machen danach war wieder ende weil ich wieder verloren aber egal 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 94 müsste der boss gleich kommen was hier sozusagen will kriegen ich nicht wirklich was machen ja da ist dass im wuchs für zehn minuten lasse ich euch nicht aber ich lieber ohne dann ist mir immer schon bei schwer 9.5 mir war zu kommen das will ich jetzt kein bisschen ganze achter kommen auf bis 19 vielleicht 98 99 wenn ich meine level jetzt kommt für schaden zum beispiel lp schaden und die geringer krit ist jetzt 100 prozent noch nicht schaden obendrauf warum müssen machen kann machen okay das war schon jetzt bei 6,70 prozent das letztendlich heißt bedeutet nicht genau sagen aber vielleicht immer so und was wird stärker besser alles klar reichen ja auch kein problem gewesen sehr schön sehr schön nebenbei kann ich einen spieler weiter laufen lassen und auch dabei sehr schön machen einfach laufen lassen alles 10 10 kommen so sind ich glaube ich nicht wäre zu schön um wahr wahr zu sein wäre das auch freigestallt das ist schon ein bisschen was da ist dahinter verliert dass sie da gemacht haben die programmierer ich bin gespannt da kommen alle leute gibt mal gas da 99 wird man ihn auch kein problem mein gut 19 sehen jetzt gehen aber auch ab ich bin ja gar nicht mal so schlechten letzten aufs leim ich finde gut das kleines nettes spiel für zwischendurch hier ist wieder events was man machen kann auch schon alles alles für dich hier 19 auch kein problem alles was man täglich man kann aber am rad drehen dann ja die missionen das alle einsammeln alles ne ach jeden tag aber egal dort zehn eins war bis zehn zehn kunden ich glaube ich nicht wenn ding aber ich muss sagen ich vielleicht nicht ich will das ein bisschen abgefüllt das band ihr werdet wahrscheinlich gleich sehe ich erst nächste woche ach da wie ich habe ich auch schon mal was ja schon den 1 ende immerhin wird den stufen ist das von 9 1 ab 10 1 ist das schon mal was okay natürlich sagen wir sehen uns die woche zwischen folge von letzten aufs leim da ein schönes